Deutschlandfunk, Verbrauchertipp. Rund 13 Prozent aller Familien sind sogenannte Patchwork-Familien, in denen neue Partner und Partnerinnen mit den leiblichen Kindern des Freundes oder der Freundin zusammenleben. Diese nicht leiblichen Elternteile sind auch nicht sorgeberechtigt. Das heißt, die können weder beim Arzt noch in der Schule über die Belange der Kinder mitentscheiden. Daraus erwächst häufig der Wunsch nach einer Adoption durch das jeweilige Stiefelternteil. Auch in Pflegefamilien werden Kinder adoptiert, meistens aber erst im Erwachsenenalter. Solche Adoptionen sind möglich, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen, die Annette Eversberg kennt. Weit über die Hälfte aller Adoptionen wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge 2019 von Stiefmüttern und Stiefvätern beantragt. Wolfgang Köhler, Berater der Zentralen Adoptionsstelle des Landschaftsverbands Rheinland in Köln. Stiefkind-Adoptionen bedeutet, dass ein Stiefelternteil das Kind seiner Partnerin adoptiert. Das ist ja gerade bei Patchwork-Familien die klassische Situation. Solche Adoptionen sind ein Rechtsakt, über den ein Familiengericht entscheiden muss. Unter der Voraussetzung, dass die leibliche Mutter oder der leibliche Vater der Adoption zustimmt. Christine Sturmheit, Notarin und Fachanwältin für Familienrecht aus Bremerhaven. Es wird erst dieser Adoptionsantrag notariell beurkundet. Derjenige, der adoptieren will, muss ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, muss ein Gesundheitszeugnis vorlegen. Es müssen natürlich alle anderen Urkunden da sein, Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, alles was dazu gehört. Und wenn das Kind über 14 ist, muss auch das Kind zustimmen. Voraussetzung ist aber auch, dass wirklich ein enges Verhältnis zur adoptionswilligen Stiefmutter oder dem adoptionswilligen Stiefvater besteht. Davon überzeugt sich das Familiengericht in einem Anhörungstermin. Außerdem hat der Gesetzgeber seit dem 1. April diesen Jahres eine zusätzliche Beratung für die Adoption minderjähriger Stiefkinder verfügt. Im Rahmen des Adoptionsvermittlungsgesetzes Wolfgang Köhler. Bevor die Beteiligten, also Mutter, der leibliche Vater, der anlebende Elternteil und das Kind zum Notar gehen können, um dort ihre Erklärungen abzugeben, müssen sie die Beratung einer Adoptionsvermittlungsstelle aufsuchen und dort sich beraten lassen über die Auswirkungen der Adoption, über das Verfahren und natürlich auch über die Voraussetzungen. Denn es geht vor allem um das Wohl des Kindes und die Frage, ob sich seine Lage durch eine Adoption verbessert. Deshalb rät Wolfgang Köhler adoptionswilligen Eltern. Eine Adoption sollte wirklich nur dann angestrebt werden, wenn es für das Kind was bringt und nicht, wenn es so wichtig ist, um eigene Interessen zu erfüllen. Zumal das Verwandtschaftsverhältnis zur bisherigen Familie völlig gekappt wird. Anders kann es bei der Adoption schon erwachsener Kinder zum Beispiel durch eine Pflegefamilie sein. Dafür gibt es zwei Verfahren. Entscheidet man sich hier für die schwache Adoption, bleiben der oder die Erwachsene weiter mit den leiblichen Eltern und Großeltern verwandt, auch nach der Adoption. Im Gegensatz dazu bedeutet, so Familienrechtsanwältin Sturmheit, eine starke Adoption auch bei Erwachsenen praktisch ein Bruch mit der Vergangenheit. Dann sind die ursprünglichen Eltern ganz raus. Das adoptierte Kind erhält dann den Namen der Adoptionseltern. Das Gericht wird einer starken Adoption Erwachsener allerdings nur dann zustimmen, wenn er oder sie schon länger in dieser Familie gelebt hat und die Familienmitglieder eine enge Verbindung zur Familie bezeugen können. Eines sollten adoptionswillige Eltern und Erwachsene in allen Fällen bedenken, rät Wolfgang Köhler vom Landschaftsverband Rheinland. Adoptionen sind generell auf Dauer angelegt. Das Gesetz lässt nur zwei Möglichkeiten der Aufhebung der Adoption zu, wenn ein Richter die Adoption ausspricht, ohne dass die erforderliche Einwilligungserklärung vorgelegen hat. Die andere Möglichkeit ist, dass die Adoption aufgehoben werden kann aus schwerwiegenden Gründen zum Wohlen des Kindes, aber auch nur, um dadurch eine neue Adoption des Kindes zu ermöglichen. Sehr hohe Grenzen, also in der Praxis kommt das so gut wie gar nicht vor.